ARD Text im Auftrag von Funk 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 er bei mir kommt glaube ich ich glaube bei mir kommt sogar kommt bei mir null oder so vor dem Gesicht nein gar nichts es ist ja langweilig hier ab und zu ist dann mal was aber sonst ist eigentlich gar nichts warte mal wo hab ich die denn ins Rimschimmeln wenn du willst ich hab ich hab ja noch ne anderes Sniper die ist zwar schlechter als die aber das ist die beste die ich bis jetzt so hatte 2.111 das war sie nicht hier 2.114 die ist recht gut die feuert halt langsam aber ich habe auch eine mit glaube ich mehr feuer warte mal die eine sieht stylisch aus glaube ich oder ich habe ja noch eine für dich ne ne das langt schon 4,2 feuerrate 18 schuss im magazin 2.111 schaden 92 accuracy und feuerrate 4,8 die kannst du natürlich auch nehmen ne der hat halt ein bisschen weniger schaden aber die feuert halt viel schneller hat ein 18er magazin also dafür möchte ich aber jetzt die hier haben mit 2.1 und schock warte kannst du glaube ich schon haben ich kann ich glaube ich habe eine bessere ansonsten 2500 hätte ich jetzt aber 1700 hätte ich auch noch aber wenn du die gerade haben willst dann nimm sie ruhig ja level 37 komm mal kurz her ja warte hier sind gerade gegner ich will nämlich dir eine Sniper mal demonstrieren ja warte ich komm jetzt hast du oben ähm zahl gehabt das ist jetzt die die ich gerade gefunden habe oder wie nein das ist die die ich jetzt noch im angebot für dich hätte achso nene ist es in ordnung ich bin so zufrieden jetzt die brauche ich nicht die Sniper weißt du 2.111 schaden 92 accuracy 4,8 feuerrate reload speed 4,2 magazin größe 18 ach es geht schon und wenn du willst die feuert halt unglaublich schnell alter ich hab die über shotgun gefunden echt die hat feuerschaden ja ich sag dir immer die werte 865 x 14 ok accuracy 12 fire rate 1,0 burn damage 576 chance ignite 8% plus ein weapon magazine size consumes free ammo per shot aber hat dafür auch 11 schuss im magazin ok ist doch nicht schlecht das ding hat halt 800 x 14 weißt du das ist halt richtig geil das glaub ich defeat elite servages ach das ey warte mal ich hab ja die falsche ausgerüstet hier ne hab ich nicht mal ich dachte es nur ist es die falsche oh und hier hat auch nicht mal rückstoß wie geil ist das denn wir das ist die ulti alter ich werde von ihm angegriffen ich hasse diese spores frag mal ich geh mal ein bisschen skin ah ne mein skin gefällt mir eigentlich gerade recht gut noch ich hab zwei auto skins cool aber ich will kein ich will kein russer sein willkommen in meinem bescheidenen lade so ok da kommen wir noch nicht weiter äh floschi ja defiance musst du dir selber angucken äh shiveria zeige ich dir aus kann ich dir auf steam zeigen ok also das würde ich richtig gerne mal mit dir in dem koop spiel das ist so geil das ist halt so breit du hast halt langschwerter spere äxte pieken hämmer bögen armbrüste schilder wir haben auf dem weg hierher haben wir was übersehen was denn guck mal auf deine karte ja ich seh's ah ich geh zu dem hier oben du gehst zum anderen ah ok ja wär ein bisschen blöd ne wenn ich zum alten geh obwohl ich werde hier aufnehmen ich weiß nicht es wird sowieso nichts passieren dann warte ich einfach hier oben ach wir laufen dann ich laufe dann nachher schnell hin kann es sein dass wir da zum schuss aber nachher nur hin müssen ja ne wahrscheinlich ist hier dann wo der boss erscheint aber auch nur wenn wir das alles andere gemacht haben extend bridge wir müssen hier glaube ich erst die bridge extenden aber wie müssen wir dazu erst das andere machen also was anderes ist da jetzt nicht ach stimmt jetzt ist da hinten ist auf einmal weg ich dachte oh das war ja leicht hast du da jetzt gegengeschossen ja das war ja einfach ja es war gar nicht so einfach das war jetzt nur so ein random gedanke von mir aber eigentlich kommst du da finde ich jetzt nicht so leicht drauf warte 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 nicht drauf schießen die machen sich hier gegenseitig ich merke das schon oh 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 der tod wird kommen Und hier hast du auch noch eine Silence. Ey, immer diese wilden Krieger und so, ne? Ey. Meine Granate ist so perfekt gegen Witch-Dokdown, weißt du? Weil die ja nichts machen können, wenn die so rangezerrt werden. Ah ja. Wunderbar, nützlich. Voll der Thermal-Skin, Alter. Bei mir steht auf... Ist da oben irgendwas gewesen? Nö. Okay. Ah, noch eine Waffenkiste. Schild? Ja, nicht schlecht. Ah, so ein Maximum, es gibt hier so ein Schildkröten-Schild. Okay. Ja, der andere hat 5500, ne, aber der hat mir einen noch niedrigeren Recharge-Rate, das will ich gar nicht haben. Ist ja wieder einer mit minus 1000 Maximalläden gewesen, weißt du? Ach so, ja, okay. Gut, ich bin gleich Level 36. Ja, ich bin gerade Level 37 gekommen. Vampire Bitch-Doktor, scheiße. Hilfe mal, schieß drauf, schieß drauf, der wird gleich... Ey, der saugt, der halt... Ruhe! Wo denn? Ach da, da, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich unterbreche die gerade die ganze Zeit mit der Granate schon. Hilfe! Ich komm nicht weg, der Typ. Ja, warte, ich... Alter, das war jetzt der behindertste Spruch in ganz Borderlands. Was denn? Ich hab's nicht ganz weggekriegt. Der Mann hat gesagt, äh, äh, nil... äh, now I'm nearly dead. Äh, time for a second wine, let my skills be true. Oh Gott, das ist gleich so wie Glaube an das Herz der Karaten. Haha, Yugiho! Ja, genau, genau so hat mich das da dran hält. Oh Mann, ey. Boah, ey, das hat... Vorhin kommst du uns schon an, ey. I'm rich, Bia, tschüss, das war dann... Ich glaube, wir haben das Schiff gefunden. Äh, wie kommst du drauf? Medical! Weil das hier so danach aussieht. Ach, was? Das ist glaube ich ein Flugzeug. Darf ich zuerst auch, dass es aussieht wie ein Flugzeug. Lol. Das war jetzt nur random hergebrummelt. Ne, ich dachte vorhin echt, das wäre ein Flugzeug oder sowas, weil es so komisch aussah. Ist das hier die Arche Noah, oder was? Du hast es geschafft! Bin dran! Der Code lautet 1, 3, 4! Also, das ist der falsche Grund, das weißt du, ne? Es kommt von Claptrap! Es kann nicht richtig sein! 1, 3, 4! Ja! Guck mal, ob es stimmt. Hey, du hast es geschafft! Bin dran! Der Code lautet 1, 3, 4! Mist, 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 Mist! Verdammt, ich wollte meine Geheimwaffe einsatzbereit haben, wenn du kommst! Das ist nicht fair, das ist nicht fair! Der Typ ist so geil! Ich feiere den Typ ja extrem! Ja! Oh! Wahrscheinlich verarscht er uns so hart! Ich bin mal gespannt, wie es denn... Oh, warte mal, das ist ja richtig! Sicher? Ich bin grad etwas verwirrt! Ich auch! Ja, ne, hier kommen wir nicht durch! Mal wieder die unsichtbare Wand! Moment! Ich hab erst gedacht, das ist irgendwie so irgendein secret Teil, wo du reingehst und dann übel zerquetscht wirst! Woah! Ja, es ist ein Bosskampf! Was? WTF, ey! Jackstern! Herr Schroben! Der hält! Woah, f***! Der hält! Woah, f****, der hält gut was aus! Okay, ich hab das Gefühl, den können wir nicht besiegen. Sorry, aber... Mach dir nicht in die Hosen! Der vernebt sich... Oh, jetzt, okay, jetzt vernebt er den. Das könnte schwer werden. Alter, verweiter. Schieß da oben drauf, auf die oberen Dinger die Wachen grits. Und wenn du kannst, auf der einen drauf, wo das Herz im Schleppgesicht ist. Ja, ja. Bewege dich doch nicht weg! Entschuldigung. Jetzt bin ich nämlich gleich dran!